Dass frische Luft gut tut, wissen wir alle. Welchen bedeutsamen Einfluss sie auf unsere Gesundheit hat, kann man in einem der elf bayerischen heilklimatischen Kurorten erfahren. Die Gegend um Bad Tölz im Alpenvorland ist geradezu prädestiniert für eine Klimakur. Aber Luft ist nicht gleich Luft. Wenn ein Kurort die Klimatherapie als klassisches Heilverfahren anbieten möchte, braucht er ein Bioklima. Heißt, es werden hohe Anforderungen gestellt. Das Heilklima können sie nur werden, wenn sie nachweisen, dass sie vom Bioklima her die entsprechenden Faktoren nachweisen können. Wie zum Beispiel gute Durchlüftung des Ortes, wenig Nebeltage, entsprechende Sonneneinstrahlung, die nicht zu intensiv ist. Und natürlich auch die anthropogenen Schadstoffe, also die von uns Menschen verursachten Schadstoffe, wie Ruß, neuerer Zeit Feinstaub, Stickstoff, Dioxide. Diese Sachen werden alle gemessen, und zwar in regelmäßigen Abständen. Der Kreis der heilklimatischen Kurorte in Bayern ist also begrenzt. Gerade in Zeiten des Klimawandels und Umweltschutzes nehmen sie eine immer wichtigere Stellung im Verbund der Heilbäder und Kurorte in Bayern ein. Entscheidend bei der Klimakur ist die Stärke der sogenannten Reize im Klima. Diese werden von Kurärzten wie Dr. Ralf Munkert individuell für jeden Patienten gesetzt. Ein Arztbesuch vor Kurbeginn ist Pflicht. Man muss einfach sehen, was braucht der Patient. Also ein Rekonvaleszent, jemand, der sich von einer schweren Krankheit erholt, dem würde ich raten, gehen Sie in ein Schon-Klima. Jemand, der sich abhärten will, der seine Immunabwehr stärken will, dem rate ich, gehen Sie in ein Reizklima, wie zum Beispiel hier unser voralpines Reizklima. Da soll man sich dann in eben dieser definierten reinen Luft seinen Körper gewissen Kältereizen aussetzen. Also im Idealfall gehen Sie über fest markierte Wanderwege, die auch vermessen wurden. Und beim Gehen sollten Sie dann nur so viel Kleidung tragen, dass Sie ein leichtes Kältegefühl haben. Damit auch nichts schief geht, stehen vor Ort staatlich geprüfte Heilklimatherapeuten wie Katrin Schöffmann zur Verfügung. Sie bietet zum Beispiel geführte Wandertouren auf den Hausberg der Tölzer, den Blomberg, an. Vorbei an den etwas neugierigen Bewohnern des Berges werden bis zu 1200 Meter Höhe erreicht. Natürlich steht auch hier der Gesundheitsaspekt im Vordergrund. Die Devise, gezielte Reize setzen, aber nicht überreizen. Deshalb gehört neben der sportlichen Betätigung eine entsprechende Ruhephase zum festen Bestandteil einer Bergtour. Okay, wir messen alle unseren Puls. Wir haben das ja schon geübt. Entweder ihr messt den da, je nachdem, wo ihr ihn besser gefunden habt vorher, oder eben hier auf der Seite. Wert wisst ihr, also schaut, dass ihr vielleicht nicht über den Wert drüber seid. Das werden wir jetzt kontrollieren. Ich schaue jetzt mal alle, ob ihr ihn gefunden habt. Bei diesen Belastungen liegt ein normaler Puls bei ca. 105 bis 145, abhängig von Alter und Trainingsgrad der Teilnehmer. Eine Tour dauert etwa drei Stunden und wird zu jeder Jahreszeit angeboten. Eine ausgiebige Pause auf der Hütte ist im Sommer natürlich umso schöner und ganz nebenbei noch gesundheitsfördernd. Die UV-Strahlung im Sonnenlicht hat einen positiven Einfluss auf die Knochen, das Immunsystem und den Kreislauf. Zusammen mit der frischen Bergluft macht das einfach glücklich, aber auch müde. Also ich habe hier die Erfahrung gemacht, ein Großteil unserer Gäste, die hierher kommen, die schlafen hier flapsig ausgedrückt wie ein Abrahams Schoß. Sie schlafen deutlich besser als zu Hause. Ich werde dann oft gefragt, ob das an unseren Betten liegt. Sag ich, nein, das ist unser Heilklima, das dafür sorgt, dass sie sich am Morgen besser ausgeruht und fitter fühlen als zu Hause. Auch im Tal bietet Bad Tölz den Kurgästen ein breites Angebot. Entlang der Isar erstrecken sich zahlreiche Heilklima-Wanderwege in verschiedensten Längen und Schwierigkeitsgraden sowie Möglichkeiten zum Entspannen. Entsprechendes Kartenmaterial und Informationen zur Kur erhalten Gäste an der Touristeninformation des Ortes oder im Internet unter gesundes-bayern.de Für Ihre Kur im besten Klima Deutschlands.